und herzlich willkommen zurück bei ich muss gerade mal gucken hier fix da seht ihr gerade nicht auf steam geguckt wegen verbinden west wie sieht da aus an der front da immer noch ja okay gut da würde ich sagen ja starten wir durch wo haben wir das ding wo haben wir wir haben es geschafft das letzte mal hier auch am mittwoch haben wir hier gestartet mit horizon zero dawn mit aloy sony interactive so gorilla 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 magiebär ich grüße dich so fortfahren wir fahren fort ich hoffe mal stream bleibt stabil das ist ich weiß nicht woran momentan hier auch mal einfach kundigen experten irgendwie mal in der hand was da los ist zumindest am montag hat nur probleme 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 ja wo wir das cyberpunk finale noch gemacht hatten so kleine ankündigung ich glaube nächste woche wenn ihr meine rechnung jetzt auch richtig aufgeht müsste ich nächste woche um 6 uhr dann hier glaube ich dommerstag finale sind ja auch hin von nostalgie getischen geben glaube ich 2 und glaube ich 3 fangen wir nächsten freitag an so da ist eloi die süße sexy wir haben es das letzte mal tatsächlich geschafft hier aus diesem becken oder anfangsgebiet oder wie wie auch immer hier auszukommen beziehungsweise das zu schaffen stimmt wir haben ja hier diese felskette das ist das becken hier also das becken das geht glaube ich bis hier hinter was ist das also was ist das denn keine ahnung können wir uns ja noch mal angucken das ist auf dem pc was haben wir noch was ist denn hier sehen wir eigentlich die fertigkeiten was haben wir die fertigkeiten hier wir haben krieger wir haben wir haben einen umgang übrig wir sind level 18 hier jo ok zurückschlagen so was wir jetzt in unserem inventar holen wir hier rein gucken äh quests so wieso stehen wir quest technisch da quests hier so aufträge wir machen natürlich wieder hier hm wie wir das immer so wenn wir in der hand haben nach alter winter tradition vor allen Dingen altes waffenlager ja stufe 25 alte nebenmission oder jo wenn ich das jetzt markiere äh quest aktivieren jo wo will der uns hinführen altes waffenlager jo so so äh äh finde eine verwendung für die energiezelle ja altes waffenlager ja würde ich sagen können wir ja dann gleich mal hingehen aber ich würde sagen wir machen erstmal äh die vergessen der vergessen ne quest aktivieren wir gehen erstmal hier nach hier nach genau jo so und da sind wir gekommen ich glaub wir haben hier äh das ist noch eine quest hier ganz hinten was ist denn der vergessene so bromslager was will der denn von uns hm na von mir aus gehen wir mal dahin ich habe immer noch nicht rausgefunden wie ich dort unten umschalte hier unten da das äh ne unten links das ding hier normalerweise beim beim warte wie war denn das beim ne warte mal wir haben kommen wir hier an einem wir kommen da an einem Reiterareal vorbei so wir können uns hier ein Reittier oder wir können uns ein Reittier hier organisieren wir haben keine Pfeile mehr wir müssen mal Pfeile herstellen wir brauchen natürlich die direkte Sichtweite von dem Gegner macht sinn würde ich sagen ja aber es ist nicht ich ja ja Was ist das? Was ist das? Ich glaube ich nehme auch noch mal die Schädelung. Ich glaube ich nehme auch noch mal die Schädelung. Fuck. Und dann geht's das. Na komm her. Komm her, du Schwein. Das Blöde ist, wenn ich den jetzt übernehme. Dann greift der Anke den an und mein Reittier ist weg. Stell auf Schlag. Was muss? Dann machen wir das so. Das Blöde ist, da dreht sich natürlich die Ma... Scheiße, das war doch jetzt nicht geplant. So viel zu meiner Reitmaschinen. Hey, kommst du denn her? Alter, kommt der ja irgendwo angeflitzt hier. Ja, und nun? Ich will gar keine Reitmaschine. Na komm her, du Bastard. Komm her, du Wichser. Komm her, du bist. also so ist eigentlich der plan da waren wir eigentlich uns hier ein reit hier zu organisieren ein ein reit hier und nicht hier eine halbe machine habe hier umzuhauen müssen wir wieder auf meinung der einsammeln na klar ich meine jetzt wurden dann auch wieder neu sind ja nicht immer weg das ist ja damals feststellen ich habe ja auch so damals so überlebt so wie in gothic das areal sage ich mal zu säubern damit freie bahn ist aber das ist nicht so die kommen immer wieder was ist denn das da oben ja du bist ja blöd äh 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 Lauf, Eloy, lauuf, lauuf. Das hält sich. Super. Was wollte der jetzt eigentlich hier oben? Was ist das am Wächter? Da? Ich komme nicht durch. Lauf. War er auf dem Jagdgebiet? Ich weiß nicht, wann ich schon oder keine Ahnung. Jagdgebiet, die so auf Zeit gehen. Ich meine, der Vorteil natürlich, wenn wir hier uns hier unterwegs sind, mit den Tüchern rumkloppen. Ich meine, das ist natürlich ein Erfahrungskonzept. Ich meine, das ist wohl so gut. Ruhe im Puff. Ja ja, bin ja dabei. Auch mal ganz gemütlich. Ja. 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 Schau! Ja, das ist das mit den Überbrückmaschinen. Die greifen dann nicht irgendwie an. Deswegen nur aus dem Kampfgründen. Ich überbrüche die Ungarn hier nur zum Reiten. Ja. ok das abwechselst du auch mal speichern hier keine ahnung was der will das ist verrückt ob das blut im lagerpfalz brumm nass war warum soll sein volk glauben er sei tot und wozu den schreinschänden was haben diese plünderer denn da das war gerade irgendwo ja eben auch immer ich folge wenn es rum ist ist er sehr geschickt mit dem Speer nun aus wir brauchen den Scheiß wo markieren die 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 Ich hab jetzt Gras. Was willst du, was willst du hier, Eloy? Wollen wir noch mehr hier? Äh, was? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ich hab diese Vorräte geplündert. Hm. Na hoch mit dir! Ja. Was? Das weißt du noch nicht. Ja. 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 Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ja. 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 So stehlen. Hopp. Na los! Kann ich jetzt einfach speichern. No! Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Stimmt, wir wollten mal lieb sein. Wir sollten mal nett sein. Oh ja, tröste mich. Von mir her... Jahre... Ja... Ja, ich... Ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Aber wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher... Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom! Du lebst! Wo kommst du denn da? Oh, Mutter sei Dank! Wie soll ich auch gar nicht mit dem Klamotten sein? Wie soll ich auch gar nicht mit dem Klamotten sein? Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein, 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 bitte Schwester, ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir. Hm, warum musst du hinter dem eigentlichen Supernova auch gehen? Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört wollen, Blut, sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich sechs war. Ich, ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Ähm, er hat eine Gefahr für andere. Was? Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Jo. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter. Da freut sich die Aloy. Zusammen. Nodin OUTLE Gehen wir wieder. Abt choses. Na duula von Rablam Jo. Jetzt geht es und Name ist ja so. Spur der Kriegsherren Das Hauptquest Warum möchte dass jeder in sie sucht Wir machen aber erstmal das hier das weiß ich glaube ich was das ist wo uns die super tolle Rüstung hier vor die Nase gehalten wird um uns dann zu sagen die kriegst du noch nicht Stufe hier stiegen hervorragend Aufbau aufleveln tun wir uns jetzt aber nicht hier über die Fähigkeiten das heben wir uns noch auf so wir kommen jetzt am besten wieder hier runter ich würde sagen so wir hochgekommen sind nur in die andere Richtung Bekannte Ballenleißen Ja Jo Gut da haben wir die Freikirche wie gesagt ganz tief Bär So wir sollen wir auch ein bisschen Halt drauf hier den Ball Hat uns die Quest wirklich bis vor die Torie getrieben Hatten wir hier oben eigentlich schon abgegrast Hatten wir hier oben eigentlich schon abgegrast Mal gucken wir die Banditenlager Ich glaube ich erinnere mich auch noch an das eine Banditenlager wo ich damals übelste Probleme hatte Ich grüße jetzt niemanden wir müssen wir lang können Lauf Gibt sie noch irgendwas Ja Ja Jaja Warte 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 Oder so Die ganzen was wir von den Viechern getrieben Deswegen hol ich mir ja hin und wieder mal welche Äh wo sind wir jetzt eigentlich Wir sollen jetzt hier Das ist ein sehr altes Wappenlager Das ist hier oben Genau Wir sind aber jetzt hier oben gekraxelt Äh Äh Becken Südtor Komm wir kraxeln zurück Wo war jetzt das Tor Ich würde aufhören beim Versuch Äh Äh Zücher auszuräumen hier meine ganze kleine wegzuschreise Wenn ich sie brauche habe ich sie nicht mehr Ich weiß noch nicht mal ganz genau wo ich hier sein soll Im verbotenen Westen dann also im Zweiteil Sind wir ja äh Die Westen ja von die amerikanische Westküste Demzufolge müsste wir eine amerikanische Ostküste sein einfach nur New York Jo Der hat ja irgendwo die Krimpe zu verklingeln oder Jo Haben wir was zu verkaufen Wir gucken mal Verkaufen Sehr getan Ihr habt es das behalten wollen Äh Hast du noch was zu verkaufen Outfits Was hast du denn alles für mich hier im Angebot Jo Du hast Nora Beschützerin Kostet mich tausend Kröten Und ein Was Und ein Panzerwandererherz Haben wir noch nicht Jo Das besitzen wir Hm Guck mal Halb baufrei Guck mal wie älter sie anziehen Ähm Das Banuk Eisjägerin Das kommt ja auch mal irgendwie zu sein Ich weiß auch nicht mal Ja Ja Die Rüstung Die müssten mal mehrere haben Und die entweder mal wechseln Was will er hier haben Was will er hier haben Was will er denn diese Stille Nora hier Banuk Irgendwas mit Banuk Was hat mir gefallen Was hat mir gefallen Äh Graserherz Äh Stille Nora Bullrückenherz Äh Metallgefäß Äh Das ist das hier Das dauern wir jetzt noch ein bisschen Metallflot Äh Mh Öh Das ist ein Metallflot Öh 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 Ne komm wir gehen erstmal weiter Lastkraftwagen, Fahrer. Ich habe gerade so überlegt, was ist denn mein Lastkraftwagen hier durch das Tor? Wo ist denn der Graser-Areal, das ist da drüben? Da will jemand eine Quest aufbauen, gehen wir mal hin, gucken wir mal was er zu melden hat, wer bist denn du? Tag Leute, mein Name ist, mein Name ist Eloy! Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstrupp Angriff verletzt? Ne, nicht wirklich und ich bin kein Jäger oder Krieger, ich bin eigentlich niemand, du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist, du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran, ich wollte mich an der Prüfung im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, äh, lief nicht so gut. Hm, Jagdgebiete? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und, ach, vergiss es. Es, es war nicht schön, okay? Ich wollte in etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Ähm. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich hab einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbander oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komm klar. Mein Vater sagte immer, nur Mutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ja. Ich muss jetzt losgehen. Okay. Sei vorsichtig. Besonders Richtung Norden. Jo. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Machen wir uns. Jagdgebiet, machen wir uns. Wir beginnen mit Jagdgebiet. Das ist ja auch was zum Reiten. Genau. Guck mal, was ich kann. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ach nee, scheiße, ich hab die Graser. Äh, Jagdgebiet da oben. Wir flutzen jetzt erstmal da hin. Jo. Wo ist das? Müssen wir dafür über die Brücke? Nicht wirklich. Komm, lauf! Es riecht nach Regen. Die Luft ist ganz schwer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist ja gut. Jo. Ich bin jetzt, äh, neue Quest. Der hier. Ist das eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Fuck. So, was ist der hier? Viel. Vorauslauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Nora Land. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja. Der hier hat seine Strafe bekommen. Jo. Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Oh. Ehrliche Mörder. An der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Das muss Heufelsdurst sein. Ja, ich glaube, ich habe Pfeil losgelassen. Hallo. Komm schon, Nell. Komm schon, Nell. Yo. Oh, den hätten wir. So, Läufer zu steigen, machen wir. Los gehts. Läufer zu steigen habe ich gesagt. Ich würde nicht mehr... Ich würde nicht mehr... Läufer zu steigen. Läufer zu steigen. Läufer zu steigen. Los geht's RIGHT, sondern wir können... ganzen Kinder... Redaktiv. das war da unten ist ja was soll das war 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 das die Muster auf dieser Blume sind seltsam Es ist keine Höhe, es ist eine Ruine. Ich glaube, Miki, wo er als Kind rein ist. Das ist die Rüstung, die wir haben wollen. Genau das ist die Rüstung, die wir haben wollen. Das ist das, was ich meine. Die wird uns hier relativ am Anfang gespielt unter die Nase gehalten, um uns dann klar zu machen, äh, nö. Wo kommst du denn rein? So etwas habe ich nicht mehr gesehen. Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Ja, das bringt uns aber nichts, weil wir die Energiezelle nicht haben. So, hier müssen wir gucken. Wir brauchen noch... So, das ist nämlich der Witz. Wir brauchen Energiezellen. Eins, zwei, drei. Wir haben eine. So. Wir haben eine. So, die sind natürlich so exakt im Spiel platziert. Das waren die letzte. Ich glaube, ich glaube, das sind noch nicht alle, die wir brauchen. Hier noch die drei. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch mehr. Braucht nur mindestens. Ähm. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Ja. So. Passt. Jetzt fehlt nur noch eine. Genau. So, und die weiß ich noch nicht so genau, wo die war. Ich muss hier erstmal hier... Na, guck mal. Warte mal. Wo war das? Da. Weil da steht es nämlich noch so eine Reihe. Wir müssen jetzt eine Energiezelle finden, um hier reinzukommen. Was bedeutet, wir brauchen hier ja wirklich erst runterzugehen, wenn wir komplett alle haben. Ich weiß nicht, ob hier direkt noch die zweite zu finden. Oder hier unten in der Hütte selbst. Aber ich glaube nicht. Weil wir sind jetzt hier. Okay. Dann können wir hier eigentlich wieder abtrampeln. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier noch mal kurz schlau. Ich bin jetzt hier. 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 Ich kann jetzt hier. Nochmal nochmal Pipi Palace, bin ich sofort wieder da. Warum find ich besser hier? Hier noch mal Pipi Palace. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, dass wir auch. Die Teilschaben. Genau. Wurde ich Ihnen hier irgendwie angezeigt, dass wir irgendwie Leuchttöpfe hier in der Welt, die Energiezelle. Ich bin gerade ein. Nee, sind wir gerade reingekommen. Nee, hier sind wir gerade reingekommen. Nee, hier sind wir. Ja, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte. Aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ja, nein. Das war ja gar nicht. Wir haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie viele im Schlachthaus. Aber sie haben sich eingelächelt. Cana teilt Medikamente aus, das um das Leben ein. Schmerz sei, der verschwinden muss Tja, ich nicht Ich will nicht verstummen Ich will nicht verhallnen Am Ende meines Lebens soll ein Brot stehen Keine Klammer Nein, ein Ausrufezeichen Also, wenn das hier jemanden aufregt Pech gehabt Ich schulde niemandem mehr Irgendetwas Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Wo sind wir hergekommen? Ich bin nicht Jetzt rennen wir gerade zurück Ja, ist ja gut Das ist glaube ich Wo wir hier mit der kleinen Aloy langgerannt sind Glaube ich, oder? Dann war doch mal rechts oder links So, was war hier? Wo ist sie? 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 Äh! Achso, da sind wir oben und unten, okay. So, hier sind wir jetzt reingekommen wieder. So, hier sind wir oben. Aber immer noch nicht die begehrte Energiezelle. Und dann kann ich auch mit dem, was wir wollen. Und dann kann ich auch mit dem, was wir wollen. Das sieht ganz nützlich aus. Ich sperr noch nicht. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Gab es hier hinten noch weiß? Was? Was war denn hier? Ne. Okay. Fort Nexus. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Ich frage mich, ob ich da reinkommen kann. Ja, du geh rein. Energiezelle. Noch eine Energiezelle. Damit müsste ich an diese alte Rüstung gelangen. So, haben wir uns gedacht, Eli. Ich habe keine Lust zu lesen. Alles voll. Und hier? Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wagen. Ja, den willst du wo lang ziehen? So, wo kommen wir denn hier raus? Das ist so. Jeb ist kaputt. Da wäre so, das ist nicht gut. Das hat ich gewonnen. Was ist gut. Ruast! etwa da wo wir hergekommen sind quasi wir folgen einfach mal dem ding hier das wird zu schwer haben wir hier wieder hochgestettert das wird nur richtig sein da reinkommen wir zu einer sache rauskommende andere wir tun wir damit den geheimnissen ja was denn nun na klar jetzt bin ich wieder hier da bekam ich denn hier raus das ist hier würde ich sagen oder wollten wir hier rausklettern irgendwo hier rennen wir ein bisschen kreis oder hier sind wir runtergekommen hier 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 ist hier ist hier 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 Ich muss hier rauskommen. Hier? Kann ich hier oben hochklettern? Kann ich hier oben hochklettern? Ich bin als Kind und da ist der Daddy-Daddy ausgezogen hier. Was ist hier? Wir sind ja gerade eingebrochen. Hier sind wir gerade reingedammert. Wie ist das? 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 inuationering und man hat endlich schon � quasi jetzt sind wir wieder in der ecke oder treppe wo ist denn hier eine treppe komm mal wieder runter erlaubt es mich wir laufen ja nur einen kreis hier wo kommen wir hier hin wir haben einfach hier hier raus Don't fear gut da gehen wir noch mal dahin hier sind die süßen anklatschen man das ist aber einfach Oh, okay. Bueno, schnell on. Ich bin doch nicht zum Jagdgebiet. Es fällt doch die Hütte mal an, ja, Mann. Wieso rennen wir denn jetzt zum Jagdgebiet? Er hat gesagt, dass wir zum Jagdgebiet rennen wollen, Mann. Was will ich denn hier? Lippe Scheiße, Mann. Die Sonne geht sich heute wieder an. Das Jagdgebiet wachen wir dann auch noch, ja, Alter. Mein Fokus entfängt wieder in Signal. Mann! 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 Mann!! Junge, Junge, Junge. Ich hab vorhin auch hier runtergeplumpst. Na gut, dass das hier das Gebiet wäre, wo ich reingefallt hätte als Kind, das wäre das Schwachsinn gewesen. Weil die ist ja jetzt das allererste Mal hier in ihrem Leben. So. Okay, komm. So. Und das ist natürlich typisch, das ist richtig fies im Spiel hier. Jetzt haben wir endlich unter, naja... ...Anschwingung würde ich nicht suchen, denn hier die... Genau. Das ist deine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. 12... ...15. 12... ... 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 12 geschafft dann schaue ich meine tür so wir haben es endlich geschafft durch die tür zu gehen und dann direkt vor der nächsten zu stehen die klammern irgendwie öffnen vielleicht gibt es eine möglichkeit den mechanismus einzuschalten und die klammern zu lösen ja ja immer mit der woher hier war es gewählte bla 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 ja so Ja, untersuche den Bunker. Ja, wir sind ja dabei. Wir sind jetzt glaube ich gerade reingekommen. Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen, dann müsste es gehen. Das sind einfach Dreckssäcke, das sind ein paar Arschgeigen von Guerilla Games. Sammeln wir hier zwei Energiezellen extra, um festzustellen, dass wir noch drei brauchen. Wie gesagt, die sammeln wir im Verlauf des Spiels ein. Das ist ja der Witz. Das kriegst du auch wirklich nicht mehr. Du kannst wenigstens die Hauptquests jetzt durchdonnern. So, da kommst du mehr oder weniger dahin. Und dann hast du Nebenquests. Aber pff, scheiß drauf. Komm, Eloi. Ja. So, gut. Was haben wir jetzt noch? So, neben. Äh, alte Waffenlager. Ja, 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 ja. Das ist ja das hier. So, Haupt. So. Banditenlager. Langhälse. Jagdgebiete. Wo gehen wir denn als Erste hin jetzt? Ähm. 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 Der Jagdgebiete. Wir können ja mal in der Jagdgebiete gehen hier. Jetzt müssen wir achtmal gepflegt werden hier raus. Ähm. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob er ja die Jagdgebiete im zweiten Jahr mitgemacht hat. Weil die Jagdgebiete sind Hauptortobak. Das ist das, was sich am meisten wieder aufgeregt hat. Weil das Ding ist, was auf Zeit geht. Und die Sachen, die auf Zeit gehen, die sind ja sowieso nicht meins. Aber. Was ich auch schon weiß, was ich schon bei Tummel da sind. Hm. Hab Lara hier eine Vorfahren von Aloy war? Weiß nicht. Ich meine, wer jetzt weiß, wer oder was Aloy ist. So, wo Aloy herkommt und so wer alles herkommt, die nicht kennt. Kann ja, ähm. Kann ja eigentlich trotzdem eine Vorfahren sein. Aber so wie sie rumhüpft und klettert Tonnen irgendwo. Das sind irgendwo Croftgenäne in ihr verankert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hat irgendein rothaariger Typ dann mit Lara geschnackselt und dann, ja. Ja. Jagdgebiete. Da sind wir vorhin abgehauen. Da bin ich noch einmal. Oh, okay. Ich habe alle wieder ein Signal. Jaja, da ist der Lange halt. Jaja, machen wir uns später. Ich guck mal was mir dazu betrifft jetzt. das ist die hier ist es können um Prozent die Leben er ist nicht unbedingt es wird das ist ja die jungen zum jagdgebiet ich glaube das ist ein jagdgebiet ich meine wir müssen das jagdgebiet jetzt nicht sofort machen wir können das noch später machen wenn ich mehr über diese maschinen erfahre kann ich sie vielleicht überbrücken ja 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 hier oder runter ich glaube ich weiß nicht was das für eine Prüfung war ich bin sicher zumindest für ein paar Minuten ich sprach mit Krenn er sagt dies sei ein jagdgebiet um sein können zu testen nicht der beste Jäger aber das macht ihm nichts aus trägst ein Sucherzeichen ich dachte schon die gibt es gar nicht du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter das heilige Land zu verlassen ja genau dann können wir vielleicht offen reden es ist so ich bin hier für die Kaja ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge in Meridian wir testen das können junger Jäger an Orten wie diesem du könntest genau die Person die ihr zu kommen versuch dich doch mal an den Prüfungen doch damit eins klar ist ich würde begrüßen wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst besonders gegenüber den Stammmüttern Jägerloge was ist die Jägerloge eine Gruppe von Jägern die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten geführt von den Kaja in Meridian du wirst sie treffen wenn du ein Jagdgebiet dreihalb Sonnen erlangst aber sei gewarnt sie mögen keine Nora so Platin hat natürlich damals vorausgesetzt der Platin Trophäer auf der Playstation hier ähm dass wir alle Jagdgebiete auf den höchsten Punkt natürlich bringen so ist ja logisch so haben wir natürlich geschafft erzähl mir von den Prüfungen die Jägerloge bietet den Jagdgebieten Prüfungen an bei denen Jäger ihr Talent beweisen können was bekommt man wenn man sie besteht den stolz auf sein können und abzeichen je nachdem wie gut man war hier bieten wir Werkzeugprüfungen an was für Werkzeug zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen du musst einfach alles verfügbare einsetzen sogar deine Umgebung das siehst du sobald du eine Prüfung machst jo ähm ich muss gehen komm komm wieder fest wir wollen ja das Paul starten wir wollen ja nochmal den feuerplatz hier machen bevor wir wo hatten wir jetzt Laura feiern jo ok dann wollen wir mal ja du sollst quaken mit dem möchtest du es nochmal probieren nochmal doch äh teile testet ein geschick mit Pfeil und Bogen in dem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt 3 ich grüße dich guten Abend ähm wenn alle so Spiele wie Horizon und Dragon Age so toll finden warum bin ich denn immer der einzige am Stream keine Ahnung ähm Dragon Age das werde ich ja wohl wie gesagt nicht weitermachen ähm grüße und annehmen die Zeit läuft wenn du eins der Seile runterrutscht jo dann wollen wir mal deswegen haben wir ja gestern schon Dings gemacht ja ja das Land löste ich nicht ich bin da komisch assess er 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 Blöde bei den Filien ist das hier mal wegrennen. Das ist schon zu lange. Äh, ne für nur Kross, dass die Absprüfung ausgefallen ist. Ja, das können wir schon, warte mal, das können wir schon neu laden, das brauchen wir auch kein zweites Mal, das... Ja, genau. Rutsch ein Seil runter und ab dann läuft die Zeit. Ich bin schon gespannt, wirklich. So, wir müssen die Details wiederholen. Achso, wir haben die Prüfung schon hingefangen. Aber das ist schon wiederholen, das ist ein Seil kaltzell. Aber das ist schon immerhin ein Seil. Dann mal wieder ein Seil. Ich muss die Hände unternehmen, weil auch die Hände mehr, die Hände zu schiefen sind. Und wie kann dich das keine Hände überlegen, ohne dass Sie die Care auf die Hände übernehmen. Und wenn ich die Hände übernehmen, dann würde ich die Hände übernehmen. Das macht diese alte Schleifung! So rein! ja ja ich hab's geschafft ja dieses jahr ist dieses jahr spannend was sind alle gleich auf so wie der schacht so prüfung abgeschlossen hervorragend ziemlich faszinierend wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden so das meister wie hast du beim ersten mal eine blutsonne du bist echt gut so nur teile prüfung ich muss ein wenig los ich werde ich hier sei ja auch die mussten bevor wir die nächste prüfung antreten weil natürlich möchtest du es noch mal probieren ja ja du denn noch mal heute diese prüfung zeigt ob du die umgebung zu seinem vorteil damit sie umfallen und den maschinen schaden denkt dran mit der sprengschleuder kannst du maschinen erschrecken und sie in die richtung fliehen lassen die du willst diese prüfung zeigt ob du die umgebung zu deinem vorteil zu nutzen ja ich habe schon auf die ja ich bin gespannt wie du dich anstellst ich bin soweit schon Oh. Schön da ist er jetzt. Wo sind die jetzt hingeeiert? Hä? Ich glaube die Prüfe können wir auch noch mal machen. Was war das wirklich mal mit dem Sprengschleider oder so? Oh. Oh. Ich renne ja gar nicht da lang. Warte. Mal schön leise. Prüfung abgeschlossen hervorragend. Oh. Passt doch. Aber ich glaube wir brauchen mal eine Springfalle. Ich glaube wir springen Falle oder? Ich glaube ich bin sicher. Ja 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 ganz gemütlich. Also gehen wir hoch hier. So Meister. Tag. Wie hast du beim ersten Mal eine Glutsonne. Weil beim zweiten ersten Mal. Ja. Ja. Ähm. So. Sprengdraht Prüfung. Ich muss einmählich los. Ja. Ich werde hier. Auf den Wacken. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Ähm. Jo. Ähm. Sprengdraht. Ich habe auch kein Springfall. Ich habe auch kein Springfall. Warte 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 warte. Wir machen mal verabschrieben. Sprengdraht. Ich muss gehen. Komm wieder. Abk suspenschen. Meister. Tag. Äh. Sprengschiff oder Aufwaffen Sprengdraht. Scharfschussbogen Stimmt, ihr kennt uns mal den besten Bogen hier Karja Scharfschussbogen, da war ja was Metallband, Stolperballe Karja Schleuder Sprengschleuder Rassler, die Rassler habe ich noch nie gemacht Scharfschussbogen, Metallscherf Was für Pfeilehandhabung Munition Können wir uns das hier irgendwo anzeigen Das Ding hier ist Scharfschussbogen Nehmen wir Jo Ähm Ähm Karte Bannock Figuren Wir haben aber jetzt Ein Outfit, hast du irgendein besseres Outfit für mich? Kostet aber Stille Nora Jägerin Ja, zwei Outfits für mich Bannock Eisjägerin Hör Warte Ach Mann, Alter Waffen Die hat aber keine Sprengfalle für mich oder? Draufschuss Stolperfalle Das ist ja Sprengschaden, oder? Diese Waffe stellt Pfeilen, die detonieren, wenn der Draht zwischen... Genau. So. Zersprenger Pfeil. Gut. Da haben wir das jetzt. Haben zwar keine Schrauben mehr. Ja. Feichern. Dankeschön. So. Na, zeig mal an, was müssen wir dafür machen. Möchtest du es noch mal probieren? Noch mal. Ich geb dir deinen Aufbau in die Backendorfer. Erledige mit dem Sprengdraht und der Karja Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Jo. Erledige mit dem Sprengdraht und der Karja Stolperfalle Graser. Ich stoppe die... Ja, warum erzählst du mir alles hundertmal? Die ist sehr gut. Die Zeit läuft... Ja, warte mal. Wir haben noch eine Aufbau von den Sprengdraht. Da kommt sie. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ich denke, die lege ich in der Tür nicht mehr los. Der Weg ist lam. Ich bin ganz flügel. Ich bin ganz flügel. Ich bin ganz flügel. Das Problem ist, ich habe keine Dings mehr. Ich muss jetzt in die Dings rein, äh, die ich schon gelegt habe hier. Scheiße. Was fehlt mir denn da? Äh, das? Ich hatte doch hier unten auch welche hingeballert, glaube ich. Ne, ich gebe mich doch nicht mit halben Sachen ab hier. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, wie viel Lohe haben wir denn eigentlich? Warte mal. Ich hätte nie eine Idee, wie wir das machen können. Hm. Hm, großartig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Könnt Ihr mal aufhören damit, Mann, wenn's auf Zeit geht? ich glaube wir müssen noch mal wieder kommen über mehr haben hier zum nachbauen von man Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 machen wir weiter ja ja ich grüße dich weil ich habe gerade gespeichert ich kann nur an Lagerfeuer frei und ich kann nicht einfach so feichern äh warte womit wir jetzt überhaupt hin ach du heilige Scheiße wir gehen auch mal in den Fluss runter da saß doch deine Schifte hmmm guten Abend yo gehen haben wir na komm her du saubatzi ey hey was ist mit dir los ey Läuber und spielst du gerade zu beknackt die braucht drei Stunden gerade um die hier warte ein Arschloch und Shadow hast du zuerst gesagt hast du besiegt mal wo irgendwie heute das mit mir zusammen hat er gesagt ich soll alleine gehen und das ist der Zirktausse hier ich bin oder her er glaubt ja würdig zu sein das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen das war doch hier unterhalb von dem das war doch Wo war denn das? Am Fluss irgendwo? Beckenhaupttor Das war doch hier wo das Ding in der Nähe war War das hier vorne irgendwo? Ey Leute geht um Spitzteoren Das war jetzt super Alter Reitbiere Wo war denn der Typ jetzt? Der war doch hier irgendwo irgendwo oder? Ja Ja Das holen wir uns gut einfach Verliebt noch Das braucht ja noch Ganz wichtig Wir brauchen die Äpfel schließen so wenn wir jetzt irgendwo haben wir in der nähe da irgendwo auch irgendwo lagerfeuer rede mit nil alter der hockte ganz oben das ist nämlich für unterwegs mit wir sollten speichern hat shadow eingelöst so jetzt haben wir gespeichert shadow wenn er zu sehen ist das speichert die auge ich könnte dich damit das Spiel ich habe schon zu viel dabei ja dann müssen wir einen gesundheitstrank mal ausdrücken scheiß ich hab nicht mehr ich hab nicht mir nicht Bier für morgen ich bin irgendwie den ganzen Tag schon am Samstag aus ich weiß nicht warum weil ich weiß dass Freitag ist aber morgen im übrigen Salzbier bist du da? kannst du mal anpinnen nochmal hier für morgen Podcast? ich weiss wie du da hast ich werde mich nicht merken wie das geht jajajj jajajj ja ähh shadow hast du hast du Xardazz besiegt hast du Finale gemacht? jaja vielleicht könnte man die über naden Aber wo kann ich das lernen? Jetzt sind... Elon pullert gerade. Hör mal auf. Lass mich mal in Ruhe. Morgen ist mit Schneefall zu rechnen. Wir sitzen hier nicht gerade. Morgen wird Schneefall. Was? Hier Podcasts an. Kannst du das mal machen? die großen da schaffen wir nicht mit einem stellen schlag da muss ich das erst mal mal auf der krieg das mal kurz ideen hier muss ich erst mal kurz die playlist hier ja warte mal wie machen wir jetzt ein podcast den gibt es ja noch nicht der höchstens die playlist hier von von charmant das hat nur glaube ich gestern auch angepinnt machen wir auf hier den scheiß playlist warte das ding podcast hier warte mal für morgen warte mal ich gebe ich gebe mal hier die die müsste jetzt eigentlich das ist für youtube die gesamte playlist ist das jetzt ich wüsste nicht wie wir den terminverwurf an was ich glaube er hat zu laut schweiß ja Ja, Xardas fällt heute, der Shadow besiegt Xardas Oh Dann machen wir auch den langen Hals Die Beine umzuklettern ist zu gefährlich Ich muss anders auf seinen Rücken gelangen Die Beine umzuklettern ist zu gefährlich Schön leise jetzt. Ja, 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 ja. Geh, ey! Wie ist das denn hier? Alter! Stufe 11 sogar erreicht nicht nur 10 so eine Minute dürfte ja lange rum sein 100.000 Kanalpunkte da müssen wir aber was super teures für dich hier einlösen äh erfinden so viel zum Thema leichtes Gepäck äh wir mussten jetzt hier irgendwo hochklettern an der Mauer da irgendwo mussten wir hier hochklettern ich glaube wir mussten auch hier die ja hier zum Beispiel ist ja das Seil deswegen hab ich mir die Spur markiert ich muss was gucken wo ich hier hochklettere wo das hier losgeht der Klettaktion da sind ganz bestimmte vorgeschriebene Wege hier tatsächlich das war keiner davon im Prinzip vielleicht ja aber äh wo hat er jetzt gespeichert doch bitte nicht ja wer hat ein Lacken etwas in der Nähe sendet das Signal wir versuchen es nochmal hier hinten eigentlich hätte ich ja eigentlich war also ersichtlich dass der schon zu weit weg ist eigentlich hätte ich ja eigentlich war also ersichtlich dass der schon zu weit weg ist da oben ok ich muss zum Kopf des Langenhalses hinauf oooooohhhh also die Aktion die kotzen wir an von den Viechern weil das ist ja so ganz die ganze Herde da hier was soll denn das immer noch nicht jetzt aber jetzt aber ja die hätten wir so ich muss mich auch aufpassen der trampelt bin nämlich auch tot wenn ich toter bin der trampelt der auch seine ich fühlte mir ja vorhin ein als der schon in den Tod getrampelt hier ein Wächter du sollst nicht wo von dem markieren man du hast denn das Problem hm ich glaube ich kann von hier aus auf den Langenhals springen hm also hier habe ich immer so eine Angst dass die daneben springt alter nein ob ist man alte bist irre ooooo ich würde nach vorne springen und die hupst runter man 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 nein hoch man alter sag mal willst du mich verraschen hoch man hoch was an hoch springen begreifst du mich man nein hoch hoch begreif doch endlich mal dass du hoch springen sollst man ist man hat ja ich ich muss ich was er sieht und sendet es auch an andere maschinen den haben wir das ist im prinzip genau der macht mir jetzt die karte frei über ein bestimmtes gebiet soweit dass er so weit macht das hätte ich jetzt nicht gedacht oder mal so die lange hälse jetzt noch mal kurz wer das spiel nicht kennt die lange hälse das haben wir gesehen ich kann entweder mit eloi hier einfach hier die koppel nach und nach freidecken indem ich lang laufe so zweite möglichkeit ist das was wir gerade gemacht haben auf dem langhals einfach hier wusch so geht aber nur in bestimmten gebiet so der langhals hier zum beispiel der hat einen bestimmten radius hier der hier unten und alle anderen eben auch der ist natürlich für das großen waldsgebiet ich habe als hesselskrieg nie gespielt kann ich nicht mitreden ich sag nur mal wie das hier jetzt ist und aussehen tun die als hätte eine giraffe ist mit einer enterprise getrieben und eine giraffe oben hier unter der sektion von raums und enterprise das ding man ja so abweilen landen wir jetzt direkt vor dem gegner für eine rezeption da klettert man irgendwo hoch schaut sich um und ein gebiet der karte wird aufgedeckt kann sein keine ahnung und das war jetzt geht auch so ist dann mal diese map haben wir ja von anfang an so banditenlau wir wollen jetzt zum banditenlau wir wollen jetzt zum banditenlau wir wollen jetzt zum banditenlau und wortungsweise haben wir larafeuer in der nähe larafeuer wurden die uns hier schon angezeigt ne die werden uns das angezeigt wenn sie warte mal wer hat doch filter glaube ich irgendwo hatten wir filter äh unentdeckt haben wir unentdeckte lavafreuer da ist die lavafreuer da ist die lavafreuer ja ja die sind ja nicht die sind ja nicht die schnellreise die sind nur gekoppelt die schnellreise ist ja wieder was einfach schnellreise machen wir über das lagerfeuer äh 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 schnell hinreisen naja gut die aber dazu brauchst du trotzdem hier so ein schnellreisepaket ich hab nur zwei so gut dass es nicht wie lange es auch geht wusste ich gesagt dass wir nach spielern der ersten beiden teile schon das ist mir tatsächlich jetzt äh neu dass das auch über lange es geht aber es geht auch über die lagerfeuer lagerfeuer und ja also alles was die grün angezeigt ist das ist schnellreise abbrechen dann müsste das ja auch äh 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 ja wie wir grad gesehen haben ich hab das tatsächlich noch nie ausprobiert dass wir uns über die da hin teleportieren können ähm aber mit dem lagerfeuer sind auch schnellreisepunkte aber wir brauchen nur die schnellreisepakete dafür ähm für einmal reisen und äh äh es gibt ja dann auch das goldene schnellreisepaket gibt es ja auch noch die die ja es ist auch so was wir machen können im spiel ich weiß noch dass eine barriere ich meine ich ich liebe ja nie aus wenn ich hier spiele so was mache ich ja nicht so ist ja nicht so dass ich eine rumpfreiung aber da hat es mich wirklich oben ich würde mich nie hier von dem spiel hochtreiben lassen aus recht nehmen es ist absolut kein platz dafür 200 bästchen habe ich scheiße mit der scheiße jahr wo ist die Lüge wir würden niemals lieben du wirst mir sicher noch nützlich sein la 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 ja, Banditenlager das war noch ein Bus, die Lüge Bala hat von einem Banditenlager gesprochen in einer Metallruine das muss wohl das Lager sein das sollten wir jetzt noch hier irgendwo der Witz ist, ne, was ich meinte, das Lager wo ist denn das? ich überleg grad, war das hier eins von der DLC hier? ne, ich glaube nicht wo war denn da ist? ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das wieder finde hier ja, hier ist ein Banditenlager ich weiß noch, ich hatte die fast alle Tote ich hätte nur noch drei oder so gebraucht ich habe natürlich taktisch dann Abstand gehalten und war feinlich habe ich dann zu viel Abstand gehalten da war, kam ich zurück auf einmal in meinem Lager alle Banditen wieder da komplett resettet das Ding da habe ich erst, da war ich erst zuerst bedient Brutstätte, machen wir auch eine Brutstätte? ich weiß nicht, ob heute noch eine Brutstätte machen ich glaube nicht, so, Banditenlager haben wir hier so, müssen wir das mit dem zusammen machen? oh schön, dass du hier bist das ist schön, warum? nenn es gemeinsame Interessen und nenn mich Nil sieh mal, die alten Felsen dort kaut ein Banditenlager und mich nennen bitte Elbe rückle an den Felsen und sie kriechen heraus wie die Würmer, die sie sind Banditen? wieso sind die hier? die Nora haben Ärger Gerüchte fließen wie Blut ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach hinein mein Partner und ich folgen den Kerlen seit Tagen guter Fährtenleser aber er hat ja eigentlich auch gemalt dabei hatten wir darüber geredet doch ich verstehe ihn warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Boden wie wärs wollen wir uns zusammentun? sie umliegen äh, nein, ich erne die jetzt, äh, Donau das ist beides weiblich ich bin aber ein Mann was? ich kenne dich nicht und ich hab keinen Grund dir zu trauen vertrauen ist eine seltene Sache nicht wahr ich bin nur ein Reisender mit einem Bogen Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner ich glaub nicht, dass du nur irgendwas bist hm, lass es mich anders sagen es gibt ja männlich klingt wenn man die beim Männlichen Namen hat natürlich nicht wo er sagt jetzt nicht die Donau oder die Elbe sondern der, äh, Gang zu Gang oder so äh, was? ich brauch keine Hilfe bei ein paar Banditen genau ja keine Angst der Reisender erledigt sie, bevor sie aus deinem Schädel eine Suppenschüssel oder so auf was ist, niemand ist meine meine Banditen verstehst du? MB, MB Spiele ja, das ist der Alarm Lass ihr Alarm schlagen, dann kommen noch mehr jo wie ein Geschenk hier opa und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht sind dann noch die Gefangenen gut, ja schließen wir auf jo, willst du mir damit sagen jo, ne, dann wollen wir mal jo also Banditenlager hatten wir dann als spätestens den zweiten Teil oder dann mit weiteren Spielverlauf vom ersten Teil der Weg nach unten warte mal haben wir die Banditenlager richtig Spaß gemacht die haben richtig super nein, mach die Scheiße aus wie ja j die 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 das die es gibt noch mehr regen entweder du machst ja nie eine laute oder wie gesagt gerade eben in den kopf passiert auch nichts aber wenn die ist nur jeden uhr an lutsch dann schlagen die alarm und alle kommen gerannt der rhein der main der amazonas wie der amazonas das ist der arno in italien der tiber in italien reichen denn die damit amazonas bin ich nicht ganz einverstanden aber du weißt das wahrscheinlich besser als ich so gut ein und ein teil erntesen ist in ordnung zweimal fliehen in dem wald fließt der fluss amazonas ist der fluss mit dem meisten wasser wasser ist wie er für kurines gibt es die faktoren ist da oben da auch noch einmal so müssen sie sich erst mal beruhigen leiden der partierten lager ist auf jeden fall wichtig und geduldig mit klappen dankeschön vielen dank dafür so ich liebe dich mein schatz ich liebe dich da hast du echt würdig dich da hast du nicht sagen wir mal die überlegt hier liegt jemand ne herrlich musst du in die spüren spüren ich weiß gerade nicht das ist eigentlich wenn man wenn wir die nicht irgendwie auch direkt auf uns aufmerksam machen dann können wir direkt vor den eigentlich sitzen hier innerhalb von halben meter die können uns in die augen sehen und sehen nichts ich bin nicht da weil ich im krass aber hier können wir entkommen und den ganzen spaß noch mal von vorn anfangen weil ich spreche dann immer knüffelt hier immer noch um so richtig schlag machen die schlage dreht und sie hat hier haben sie aber auch ein paar krasse bewegungen hier gegeben warum wird so eine spielfigur eigentlich immer das können wir schon von lara aber wie gesagt ich könnte mir wirklich vorstellen dass hier die kraft gene in sich hat so herr ist erstmal der herz erstmal futter für die ratten das ist wenn er heran alles beobachten also die klar war schon immer dann auch wenn ich damals hier bitte bei dem einen ein bisschen naja ja auch jetzt genau in dem felsen da von der herrloade eine wunderschöne junge dame hier im gras den können wir doch ohne jeden risiko ja wenn du nicht aufpasst holen sie sich dann auch mach ich halt weiter der mississippi der ponte das war der fluss in richard die flüsse zählen nicht daniel der ob ob es ein tampon der huang hier der huang hier der idee was ihr tisch in karakter und soll ich weitermachen will ich jetzt nicht wenn ich jetzt keine bildung wird verbreiten kann als schön und du das übernimmst nicht die 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 Blüte auch nicht das Leben jetzt nur die Kleine und ein Romer Rotsplächerwein guck mal hier wir haben uns die Maschinen mit ich weiß nicht ob das clever wäre präzisionsfrei Ui! Der ist, äh, der ist ungefallen. Erledige die Banditen. Weil wenn ich jetzt irgendjemand mitnehme, die sind so klottern bei. Das ist immer wieder das selbe. Ich meine, warum soll ich mir das antun? Die hoffen ja alle direkt dahinter. Das ist grad blöd. Das ist wie markieren. Hä, was ist das hier? Ich treff die alle von mir aus. Und hier ist das den da. Aber das ist was kann. Heldschad! Ich hab einen Heller. Abgekriegt. Ich hab den da. Ich hab den da. Ich hab den da. Ich hab den da. Und jetzt, mit dem schlafen. Ich hab den da. In diesem Fall. Ich hab den da. Ich hab den da. Wir müssen einfach mal. Was ist, Köln auf uns. Hier liegt einer. Ah, Banditenscherge, knüffelt hier immer noch rum. Der Mississuri River, der Schottallarab, der Euphrat, der Indus, der Ganges, der Rio Grande, der... Endlich! Das... Das weist ihr, dass wir, als wir natürlich aus dem Kopf erbunden haben. Was ist das hier? Was war das hier eigentlich? Lila? Äh, äh, Zersprengabfeil. Bringerpfeil bei ganzen Flüssen hab ich bei zwei Schreibern das war bekannt das war jetzt kein Ja 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 den ich glaube ich meine ich glaub dir schon dass du sowas merken kannst wir sind die Gefangenen und stecken bitte hinterm Zauner oder so das war es die E-Mail-Aufmerksamkeit der Regen Oh ja! Äh, ich schreibe mal, es sieht genau aus, wenn ich gar nicht behaupte. Ich glaube, was da rein ist. Hm? Tu da oben! Pass hoch! Jetzt ist er beruhig. Toi! Super! Das ist cool. So, noch mehr hier? Die haben keinen Alarm geschlagen. Warum erinnert mich das gerade an The Last of Us? Wer? Hier hat es einen erwischt. Hehehe 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 Hey, bei Last of Us, das geht ja auch so. So, da habe ich in einem Gebäude mal mit Ellie, habe ich einen erledigt. Und nach und nach kam immer der nächste rein. Den habe ich genauso erledigt. Immer die ganze, sogar mit der ganzen Truppe dort. Das war mindestens 5, 6 Leute oder so. So habe ich wirklich die ganze Truppe ausgeschalten. Ein Opfer hingelegt, ein Köder hingelegt. Die sind alle in die Falle gegangen. Ähm, dieses Heuchelmordzeug, äh, macht man ja auch immer. Äh, das ist witzig. Also, das ist so ein Ding, das gefällt mir richtig gut. Das ist so was für mich. Jo. Damit sowas wie bei Dragon Age zum Beispiel jetzt nix für mich ist, ist das wieder hier so meine Welte mit dem Schleichskill. Das gefällt mir. Ja, deshalb kann man noch pfeifen, dann kommt er erst dann. Das ist, das sind auch so Spiele, die, die, die reizen mich tatsächlich da mal, das zu probieren. Ja, wie gesagt, ich bin ja für Spielereien und, äh, ja, das hatten wir ja letztens das Thema. Die Liste habe ich ja noch, was du mir geschickt hast. Ich weiß. Jetzt schießen wir nicht, aber jetzt, jetzt schießen wir und jetzt schießen wir daneben. Dann kommen die alle einen dran. Deswegen warten wir natürlich erst, bis die sich beruhigt haben. Hm, ne, die kommen dann noch so. Der hat sich beruhigt, der da hinten noch nicht. Die glauben wir überhaupt noch. Eins, zwei, drei, vier. Gut so. Hm? Jo. Ich meine, jetzt wird es ja eigentlich, denke ich mal, wenn hier jetzt einer vor mir steht. Ich glaube, da sieht man es schon, Elo hier im Gras, oder? Aber scheint ist es wie vorhin. Die denken alle, die sitzt gerade da und pullern. Da wollen sie. Was? Kommt ihr einfach von hinten an hier? Ela steht nicht auch von hinten und so. Das könntest du vergessen, mein Freund. Ela ist nicht so eine. Vielleicht ist es ja aber doch, aber, aber weiß ich noch nicht. Alter. Hm. Ich meine, Assassin's Creed, da sagt es ja doch eigentlich schon der Name. Assassin's, das ist ja so. Und Assassin's Ding, das Schleichen und so. Also, das ist wie bei Odyssey. Das hat ja, glaube ich, auch mal gesagt. Wie ich da die, äh... Hm, das war jetzt blöd. Warte, warte, warte. Wie? Sie ist verschwunden. Hm. Mh... Da mit der Aktion ziehen hier in der Wüste da. Wo ich hier alles klammere endlich Nacht aus den Betten... ...was ich die Betten geschossen habe. Es war zu scheif, wenn du was siehst. Sie ziehen weiter. Nein, rauf! Der hätte fast gesessen. Der hätte fast gesessen. Ich habe leckeres Dreck gegeben. Wenn man die Rennen könnte. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Du siehst sie? Sie sehen dich nicht. Warte, was ich mit dir anstelle, wenn ich dich kriege. Ja, was denn? Soll das für Drogen sein? Niemand ist frech zu Eulay ohne, dass ich dafür überhaupt nicht ein Auto gebe. Nein, du sollst hier den Betten ausräumen. Wobei Unity auch wütig war. Einfach mal auf Notre Dame klettern mitten in der Französischen Revolution. Ja. 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 Der Typ ist ja richtig... Umwerfend. Ja. Ja. Der ist noch. Ja. 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 Ich mag Eulay nicht. Warum? Eulay ist so cool. Eulay ist super. Warum magst du Eulay nicht? Was hast du gegen Eulay? Eulay sieht ein bisschen aus wie eine, mit der ich mal was hatte. Da kann auch Eulay nichts. Ich kann durchatmen. Ja. Ja. Wo war aber noch einer? Ah, hinten. Ist der einzige, der noch übrig ist? Wo hat der? Den schnappen wir uns. Komm Eulay. Ist auch so das Ding. Die hatte nichts getan. Die hat noch nicht mal was damit zu tun. Die ist nur Spielfigur. Ah, so dann assoziiert man das und dann schon mag man die Person nicht, obwohl wie gesagt sie damit von hinten und vorne nichts zu tun hat. Immer noch auf der Suche nach mir. Darf ich mit dir reden? Du darfst nicht mit mir reden, das musst du die Aktion verdienen. No, was ist denn los? So, wer den will? Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja, die sind optimistisch. Ja, meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Ich will ja wissen, das ist tatsächlich wie bei Gott sei 3 auf. Du räumst die Städte leer, du befreist die Städte. Du siehst nirgendwo andere Rebellen. Oder hier, wie in dem Fall auch die Typen hier. Du siehst nirgendwo, ey Leute. Auf einmal sind die Städte gefüllt. Mit Banditen, mit Rebellen, die dann irgendwo herkommen. Wo kamt ihr denn alle her? Ja. Manche von uns haben Jahre das Heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Das Ding ist, es stand ja auch mal die Möglichkeit im Raum, oder ich weiß nicht, ob da die Absicht immer noch besteht, dass hier bei Last of Us auch Horizon zu verfilmen oder eine Serie filmen oder Serie draus zu machen. Ob das noch kommen soll, weiß ich nicht. Es wäre aber wirklich passend, wenn sie da die Gesichtsmodel hier nehmen würden. Aber ich weiß nicht, ob die Bauspielerin ist. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Nur das Ding ist... Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Das Ding ist, ich schätze mal, wenn hier irgendjemand eine Serie draus machen wird. Ich weiß nicht, ob die Niederländer das dann selber sind. Ich schätze mal, dass wir bei Witter laufen, dass die Amis da sich da irgendwo irgendwo in so einem Streamingdienst oder Sender oder Studio halt da irgendwo die Rechte sichert und dann loslegt. Ja. Und ob die Bande dann auch hier zu der Schauspielerin dann hingeht und sagt dir, ja, du hast hier die Aloy dargestellt quasi in den Spielen. Du bist auch unsere Aloy in der Serie. Werner kriegt klasse, aber... Ich meine, gut, auch wenn die Amis das jetzt drehen, ist sie jetzt in den Niederlanden jetzt auch nicht aus der Welt, aber ob sie da direkt zu ihr gehen und sagen, hier, mach mit. Fassen, Werbe noch für dich. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Gerade wenn man den Menschen die Vorlage hatte. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Erfielungen. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßen sein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Das war eigentlich, die wird ja auch älter. Das kommt tatsächlich auch als Plan. Ich sag mal, in 20 Jahren braucht man dann tatsächlich auch nicht mehr. Das ist blöd. Das ist richtig. Nee, gab es für Gerhard eigentlich eine Vorlage? Eine materiale menschliche Vorlage? Oder haben sie das Gesicht einfach nur so? Wir sind alle ausgestoßene. Aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Aber damals 9 und 20 Jahren wird jetzt auf 37. So, die Schauspieler da sind ja überwiegend Kinder, um die es da geht. So, aber inzwischen sind die Kinder auch ein bisschen erwachsener geworden, sag ich mal. Ja, das ist ein Blödheit für die Geschichte. Wenn sie so lange warten müssen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da können es eigentlich auch fast schon sein lassen. Ja, das ist ein Blödheit für die Geschichte, das ist ein Blödheit für die Geschichte. Ich werde das schon vergeben, oder? Nee. Nee, ist so, ich habe dich nicht gebraucht, bevor, Alter. Ich gebe es zu. Zuerst hat mich deine Selbstsucht beleidigt. Aber weißt du, gut, dass ich zugesehen habe. Bei jedem Volltreffer habe ich mit dem Fall in den Finger gepiext. Einfach, um dabei zu sein. Du hast mitgezählt? Was ist mit dir los? Na, du warst beschäftigt. Hat deinen Partner nicht gefunden? Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditen-Nagern wiedermäken. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr, wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem mit der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Mut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Hm, nochmal, da bist du. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstungsmaß befertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte. Wenn du verschlossst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Hauptdringen. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Ja, fühlt dieser Ausdruck in den Augen. Banditen? Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben. Also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu starb. Töte ein Standesmitglied und es gibt Vergeltung. Jager ein Eber und sie Meckern über Fleischverleugung. Aber beim Bieten? Äh, heute bin ich schon mal. Ich bin verheiratet. Und das soll ich sagen. Ja, willst du nie, dass du nicht lange so drüberkommst? Ähm. Das Ademarsspruch ist natürlich... Ich habe mit dir gespielt. Ich habe mit dir gespielt. Warte, rote Haube. Äh. Hä? Verrückt. Verpiss dich. Äh. Oh, was war die jetzt? Banditen hier. Die Banditen hier. Das geht über Banditen hier. Banditen hier. Das ist dieselbe Einstellung wie ich gegen über Feuermal. Ich habe dann was heimlich hier habe. Äh. Das ist eine gesunde Einstellung. Ich finde, du tust das Richtige aus dem falschen Grund. Ich tue nur, was ich liebe. Und was könnte daran falsch sein? Oh. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Wunen. Die Locken Banditen haben die Wunden an Infektionen. Du lässt es nicht zur Infektion kommen. Oh. Wir sehen uns sicher wie. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Ich zeige die auch mal eine. Siehen wir's an unserem Werk. Haben die eigentlich auch mal so ein paar Promo-Bilder oder irgendwie Bilder von ihr gemacht? Ja, von der Schaustellerin hier? In, 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 in. Aber in Elite-Ausmachung. Also quasi ein Cosplay eigentlich. Schufe 12 Gibt's da sowas von hier? Ja passend Fertigkeiten 6 So was machen wir denn da? Der Sprecher erinnert mich an Milton Kannst du mal nachgucken Kannst du nachgucken ob er das ist? Ich bin immer so geil er hat hier mitgesprungen Würde mich nicht wundern Äh Aber über Cosplay Von Schauspieler Der Witz ist das hat ja schonmal gesagt Wer sich jetzt bei der Metier Star Trek auskennt Der kennt ja auch die Tlingonen Und dann gibt's bei demnächst Generell den Mr. Worf Der Schauspieler der hat bei Ich glaube bei Ted Die Filme da mit dem Teddybären Der hat dort auch mitgespielt Und dann wird ein Cosplay von Worf gemacht Also von seiner eigenen Rolle Die er bei Rauchschiff Enterprise gespielt hat Er hat dann Cosplay gemacht So mit solchen Plastik eher Masken Wie sie die Fans tragen Außer mir natürlich Ich mach so der Scheiß nicht Krieger Zeit verlangsamt brauchen wir nicht Leichte Sperrangriffe Was Wie heißt der Charakter Was Wie heißt der Charakter Neil Deswegen haben wir doch wegen den Flüssen angefangen Wegen Neil Sammler Ja Locke mit Merkzeichen Ein Gegner zu deiner Position Ich glaube es stimmt hier konnten auch Pfeifen Ja das ist Milton Die haben den gleichen Sprecher Das ist der Bastard Genau So geht doch Danke für die Recherche Schnellere Heilung aus dem Medizinbett Das ist immer gut Finder Findet natürliche Rohstoffe Sammler machen wir auch mal Reisender Pickup Sammeln Das hier ist Das hier ist Das ist das was ich erst versucht habe Wir reiten an der Heilwurzel lang Ich soll runter greifen und gepflücken Ey das macht es natürlich nicht Weil ich es noch nicht geskillt habe Ja Ähm Locke im Werkzeugmenü Mit Was Ähm Er war aber auch Valentino Naja Ich weiß Ich weiß Na gut bei Gothic Da hat ja jeder Da hat ja jeder zweite Sprecher gleich Wie viele Sprecher hatten die bei Gothic Ich muss mich glatt an Himmel erinnern In der letzten In der deutschen Synchro In der auch alle Folgen gemacht wurden Da hatten die glaube ich 5, 6, 7 Sprecher für 130 Folgen So Ich glaube ein oder zwei weibliche Sprecherinnen Und alles was da irgendwo weiblich in der Serie war Wurde von einer einzigen Sprecherin gesprochen So Hm Kritische Treffer für Überwachung mehr Schaden Das hatten wir jetzt Was hatten wir noch hier Also das Das Landen nach einem Sturz Was ist das Ducken Macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar Das ist immer gut Sowas nehmen wir mit Wir machen das mal Jäger So Jetzt haben wir unsere Punkte natürlich Hier drüben auch weggeballert Äh Ausfeuer Sprecher Hast du Probleme Dann behalte sie Kann sie nicht gebrauchen Arm ansorgen Ja Okay So Haupt Aufträge Hier Das machen wir später Wenn wir noch nicht mehr Wie wir vorgefahren Altes Waffenlager So Wir können jetzt nur Wir machen jetzt das hier Ähm Eine Sucherin vor den Thronen Ich rede mit Wow Ich rede mit Butterkrone Begib dich zum Schlachtfeld Machen wir Wo ist das Wir gehen nach Level hier Wir machen das Dann müssen wir wieder zurück Ja Na klar Na klar Wir reiten jetzt wieder zurück Das stimmt das ist der Skill Das ist der Skill den wir gerade gemacht haben Die Fähigkeit Weil äh Ich glaube das wird uns hier mit diesen Fähnchen angezeigt Wo der ganze Krempel steht hier Wenn ich jetzt auf Bär Eine Sache aber aus dem zweiten Teil fehlt mir fehlt mir natürlich Wenn ich hier äh auf Bergen stehe Die sich mit den Gleiter runter gleiten Das war ganz super Das war ganz krass zum zweiten Teil Ja 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 Das ist das Mangel auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hilft bestimmt weiter. Ich mach mal kurz pipi, Paul, also bin sofort wieder da. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Oh, das war ja leicht. Es geht ganz schön schnell. Yo, wo ist denn die jetzt? Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss. Ja, gehe ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt in deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat Recht, Kriegsherren. Gib deine Runden Zeit zum Heilen. Wal, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kamen, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier. Bei dir. Für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Ist das eine Mutter? Ja genau. Ach, die Scheiße. Ja. Was haben wir denn hier? Oh, mach wir. kultistenführer welche richtung muss jetzt gehen kein platz mehr ja ist gut sie haben die angeforderte für die weitere ausgabung erhalten hier im metallring habe ich als vorsichtsmaßnahme den gesamten vorrat in einem unterstand gelagert sicher vor funken und ich habe posten vor den eingang gestellt ich empfehle dringend ähnliches zu fahren lassen oder die konsequenzen zu tragen nachschubmeister tiran ende ein lohe vorrat in ihrer basis wenn man den sabotiert gewinnen wir ich habe etwas die übrigen mörder haben ihr lager in einem metallring weißt du was das ist verdammt der metallring ist innerhalb von teufelsleid der art ist verboten ich werde zu den erzmüttern gehen eine ausnahme erbitten wir haben keine zeit dafür es gilt blut um blut ist das land verflucht dann soll es unsere vergeltung heiligen blasphemie bitte kriegsherrin bricht das tabu teufelsleid ist ein verfluchter art vielleicht wird aloys suche segen uns beschützen wir werden uns am felsen über dem roten echo treffen und unseren angriff dort beginnen klingt nach einem plan bis später das abgeschlossen questbelohnungen sind fast 13 wir sind 13 oder wunderbar wunderbar wunderbär tut 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 so haben wir jetzt eigentlich hier fertigkeiten zwei haben wir heute für eine lange ausweich rolle gedrückt oder du sprintest leise so dass dich da freunde nicht so schnell bemerken die ausweichtalente komm mach mal na was wissen die nun nicht genug ist ich habe unten geguckt wo die zwei steht was haben wir jetzt hier banditenlager aufträge loge warte mal das jagdgebiet wo ist denn das was ist hier unten wackelig jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht hin was ist das hier äh begib dich zum roten echo wo und so in den usa das heilige land Da hat er auch was ganz verlassen. Ich rede mit Maria. Oh, wie weit ist das jetzt weg? Das ist hier drüben, das Ding. Äh, ui. Leichter? Ja. Ja, ui. Sind wir gegen Elz oder Warnas in Spenditenlager? Wirklich, ähm, nein nicht. Spenditen sind halt auch keine Menschen. Ja, ich weiß nicht. hier Das war's für heute. uns unsere schwäche zeig uns wie die uhr ein wenig geschehen kannst wieder nicht zu erschreckt wird jetzt so klar ja wo sind machen die Brutstätte die eine Dauern das war nicht die hatte ich damals auch relativ zeitig genug wie kommen wir denn jetzt da rein wo es in ihrer Eingang und Lauerfeuer entdeckt und wenn wir über die Maus springen die Mutter Krone sieht eher wie ein Militärlager aus ich wette dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen ich werde es mir merken hier ist sie sie ist eine Sucherin was wer ist wer ist die Sucherin wer ist hier noch eine Sucherin du bist die Sucherin die die ausgestoßen war meine Jagdgesellschaft sie ist du hast die Mörder bekämpft nicht wahr die von dem Angriff bei der Erprobung du hast viele Leben gerettet ich wünschte ich hätte alle gerettet hast du hast du wie weit bist du den Mördern gefolgt worauf willst du hinaus fürchtest du deine Jagdgesellschaft wurde getötet es gibt Schlimmeres als getötet zu werden was ist denn schlimmer als der Tod ich ich bin nicht wie du als ausgestoßener könnte ich nicht leben ich fürchte meine Freunde sind in den Ruinen ich kann nicht dort hin sonst werde ich verstoßen aber ich kann sie auch nicht zurücklassen was hatte deine Jagdgesellschaft vor nach der Erprobung waren wir so wütend wir wollten zurückschlagen und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein ich lief hinterher aber meine Jäger sind deine Jäger sind fort sag mir was du willst sprich offen finde meine Freunde wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merken nicht dass wir am Rand der Ruinen waren du bist eine Sucherin du bist befugt Teufelsdurst zu betreten aber bitte hab Mitleid mit uns verrate nicht dass wir dort waren da musst du dir wirklich keine Sorgen machen glaub mir mal sehen ob ich deinen Freunden helfen kann so viel Mitleid hier wie wir haben sollen hier in den Spielen immer was ist passiert Jägerin geht es dir gut oh ich bin dankbar für die Wunde es war eine gute Lektion für mich und du solltest auch draus lernen und zwar ich jagte einem Graser hinterher so fixiert auf die Beute dass ich nicht auf den Weg achtete bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand eine Brutstätte was ist das ah du stammst aus dem Becken da gibt es so etwas nämlich nicht eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür niemand weiß was dahinter ist es heißt dort werden Maschinen gemacht oder dass es Höhlen des Bösen sind wo die Geister der Metall Teufel hausen kommt wohl aufs gleiche raus wie auch immer sie sind verboten du hast eine Lektion erwähnt was lehrte dich die Wunde als ich vor der Brutstätte stand entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht ich spürte ein mächtiges Verlangen hinein zu gehen und dann griff der Wächter an sie bewachen Brutstätten es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu diese Orte sind aus gutem Grund verboten und das nicht nur weil sie gefährlich sind wir sollen nicht sehen was darin ist ich werde nie mehr schwanken diese Narbe sorgt dafür aber du hast kurz etwas verspürt eine Art Entdeckerlust Deckerlust kann das wirklich so schlecht sein muss es wohl oder sonst hätte man mich nicht bestraft Brutstätte machen wir das heute nicht mehr wo ist diese Brutstätte das solltest du nicht wissen dann beschreib den Ort den ich meiden soll ein kluges Köpfchen nur nicht klug genug um auf Warnungen zu hören schön wie du willst ich hab's versucht es ist im Norden hinter den Rotdornen in der Wand eines Berges aber denk dran ich habe dich gewarnt ja ja mach dir mal nicht in deinem Schlupfer ich steh hier rum 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 und ich Wohin wir denn jetzt hin? Ich will so Brutstätte vergab doch mal! Wo war denn Brutstätte? Die war doch hier irgendwo. Hä? Brutstätte. Ja, ok. Dann mal los. Ja! 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 Wir kommen hier irgendwo irgendwo irgendwo, oder? Ja! 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 Was soll gerade reifen die an? Ja! Da kommen sie. wo denn Brutschstätte 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 können wir ja noch Dinger mhm da da müssen wir hinein das muss die Brutschstätte sein es muss einen Weg reingehen irgendwo Dinger 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 der B Da müssen wir gerade mal gucken, äh, Einstellungen, äh, Grafik, warte mal, Schatten, Schatten, Ultra, Ultra, äh, Bewegungsaufstand, Affektion hoch, probiert ja, ist ja alles hoch, äh, der Anzeige, Lichtfeld 80, die Sache endet hier. Na? Wo? Der Quelle, neil. Kümmer euch wieder um euren Kram. Ich wollte mich nicht optimisieren, aber ich hätte jetzt auch... Ich weiß, was ich drehen? Ja bitte! Yo! Oh ich brauche Oh ich Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. So, Problem gelöst. Ab in die Brotstätte. Was für eine Tür. Aber die Lamafeuer irgendwo in der Nähe. Da drüben. Oh, das letzte. Okay. Bei den Bruttricken ist es meistens immer glaube ich. Irgendwo in der Lamafeuer zum vorher speichern in der Nähe. Guck mal, Hase. Und runter. So, Typisch bei solchen Spielen. Es geht von leicht bis schwer. Dies ist noch eine der leichteren natürlich. Das ist ja die erste. Äh. Und wird natürlich zunehmend schwerer. Ja, guck mal, wie langt man es jetzt. Wird noch sowas ähnliches wie eine Karte hier. Das metal, das Licht, das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Wie sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Wofür bloß? Ja, ja. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin geht es? Wohin geht es! Ui! Jetzt hing der so tatsächlich fest. Ja! weiter jetzt ja wo euer vorm noch mehr das war bloß die Belüftung hier oder wieder Lüftung genau das gehört aber nicht mal hier zur Brotstätte das war nicht ja wo du das das war ja 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 das ist das ding der spalte wozu ist das gut ich weiß nicht wir stecken einfach mal was in die spalte rein wow das passiert dann also das ist besser mehr kann ich nicht tragen hier sind wir gekommen müssen wir doch mal zurück was heißt zurück die wollen uns warnen die sind alle viel zu wach eigentlich wissen wir gar nichts hier am spiel die typische war das ein sägezahn am ende unten oder nicht weiß ich nicht mehr ist jetzt beim zweiten teil haben sie da aber auch mal hier auch bei den brütstätten ich hab losgelassen da versucht ein bisschen abwechslungsreicher zu sein als jetzt im ersten teil der wieder kumpels rum die fliegende maschinen scheinen teile zu transportieren vielleicht können sie mich auch tragen geh doch endlich mal ran hier lass mich ran da denn sie will ja das werde ich vielleicht noch bereuen doch als liebe die älter Ich weiß nicht, wie wir ihn loslassen. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Dankeschön. Ich kann aber nicht mit dir durchfahren, oder? Wir sollten hier, glaube ich, den Abgrund überbrechen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, 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 ja. Und nun? Poltreffer! Ich glaube, wir müssen tatsächlich da rüber. Ich weiß doch mal nicht, wie wir loslassen. Ich weiß 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 nicht, wie wir loslassen. Hä? Noch einer? Jetzt wollen wir uns heilig Wo will der denn hin? Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden Ja, 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 ja Ach Gott Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Da haben wir auch schon besser getroffen Verdammt, von denen habe ich keine mehr Ja, immer mit der Ruhe Ich nehme mal die Dinge Genau, für die reichen nämlich auch die Das ist ein Ding Ja, das ist ein Ding Komm her los, vorhin! Nein! Nein! Ich bin überlebt bei den ganzen Kämpfen und dann so was. Jetzt müssen wir alle nochmal machen, na klar. Ja, und wir stellen uns hier wieder in Fackpoints, ich hasse Fackpoints im Spiel. C ist das. Boah, wegen so einer Scheiße jetzt alles nochmal machen, nur weil man hier... da können Sie mich helfen, ja. Da können Sie mich helfen, ja. Da können Sie mich helfen, ja. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ist ja gut. Wanderwanderung. Die suchen mich. Ja. 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 Wieso? Wo ist der André hier? Das war jetzt der Wächter, oder? Das war nicht der, den ich erwischen wollte. Das war nicht der Wächter, oder? Oh Gott, wir werden Diabetes vom Gehirn. Das war nicht der Wächter. Nein, nein! Nein, Alter! Mann! Komm her, hole dich, hole mich! Immer noch nicht kaputt, Mann! Jetzt haben wir ihn! Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Dann gibt's die manchmal solche Bögen. Da muss ich auf jeden Fall darauf achten. Aber ich dachte, hier kommt mir etwas gegen die Form. Stopp! Das kann ich bestimmt nicht gebrauchen. Jujo! Ja. Oh, dann ist das. Hier, da geht lang! Hein! Immer haben damit! Schön, dass die in der Maschinengang hier der Rutscherte Silniken für alle gespannt sind. sehr gut ich bin fast im herzen ja 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 das haben wir gleich im herzen hello hello ist immer gut abseilen Oh mein Gott, ich will wieder klettern. Kommen wir wieder hoch. Na gut, hier ist eine Kiste zum Ausräumen. Hier, durch. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, ja, ich meine, werf dich gleich raus. Holen wir uns ja Lara. Ja, das Problem ist Lara, die kann noch klettern, die kann nicht schießen. Was ist das? Ach so ein Ding. Da müsste eigentlich so ein Brügel hier, ja. Ich will wieder mit den Zersprengerpfeiler draufballern, draufballern. Das war doch mitten drauf. Das war jetzt mitten drauf, genau. Das war jetzt mitten drauf, genau. Ja. Woher der Dings war. Ja, ja, die Dinger, die sollten eigentlich nicht als Zwerge werden. Ja. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, nimm einen Wagen mit dir, oder? Da, ey, ey, ey. Ja, ich glaube hier. Ich geh irgendwo drauf. Und da können wir jetzt schon... Wie heißt, hier reicht die für nur eins, oder müssen wir alle drei machen? Die Maschine will nicht zubüßen, dass ich irgendwas anderes finde. Mhm... Oh, das ist ein Mioß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ja. Oh, ja. Alter. Ja, darf ich endlich weitermachen? Ich sag's noch, die waren eigentlich leicht, aber wir haben nichts mit Eis hier, das ist das Problem. Wir bräuchten was mit Eis. Mö. Mö. So werden also Maschinen gemacht. Sie sind nicht geschlossen. Ich fange aus einem Richtung Signale. Ich habe nichts mit Eis hier, das war. Ja, ich wusste nicht, ich hätte mal was mit Eis geirgendwie mal, was Eis schaden macht hier, ich wusste das, ich wusste das echt nicht mehr. Nun, was ist denn hier, komm. Mann. Mann, das ist das, was ich vorher extra gemacht habe, oben, bevor der Autosave reibt. Ich ziele noch. Alter, diese kleinen Drecksieger hier, das sind mal hier mittendrin. Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich weiß, wie ich das damals gemacht habe. Alter, ich seh' nicht! Mann! Also, irgendwie ist ja was anderes in der PC-Lation, dann will ich mir ein. Wenn diese kleinen Dreckfichern, die noch wären, das ist immer und immer wieder diese scheiß Zusatzgegner, immer und immer wieder. Was ist das? 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 Oder was er... Was ist das? Ja, deswegen versteckt sie hier so drüben, hä? Ja, versteckst du dich, versteck ich mich auch, so ungefähr. Hier rein, ja. Nein, Mann, Alter. Oh, Mann. Ja, das funktioniert damals bei der Playstation-Version. Das hier versteckten hier. Wenn die Entwickler das wirklich so gewollt haben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bei ihr einfach überlisten mit der freundlichen das ja mein glück könnte aber nicht durch diese was haben wir noch für die auf die ausmacht stehen er kann aber sich immer noch bewegungen zu hauen das ist aber da kann ich schießen wir ballern hier noch mal so ein ding hier hin falls der rückgemein hier ist keine absolute sicherheit aber es ist ein versuch ich will mich wohl verpolen ja dann hätte die eindler eine falle vorbei Ja, ja, klar. Oh, ich glaub den hätten wir. Ja. Ja. Nicht immer wild drauf, sondern einfach mal mit Geduld. Nutze deine Umgebung. Habe ich gemacht. Schockspule. Ja. Ich hätte eher gedacht, das wäre ein Sägezahn gewesen. Nicht so ein Ding. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Alles gut, Mädel. Alles gut. Da wird nichts mehr tun. Wie viele Metallscherben haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. 386. Die Pfeilsscherben. Ich meine, ich glaube, damals habe ich die Bootstätten auch alle so... Ja, da bin ich auf die Weise mitgemacht. Pfeilen aufheben müssen wir, glaub ich, ja skillen. Ähm. Jo. Jo. Na dann. Da wird die Alte aber oben machen da, ey. Ja. Der Fahrstuhl fährt hoch. Äh. Äh. Lernst du noch mal in Gras und Sägezahn? Ja. Und dann die Brühe wieder. Hm. Jo. Machen wir. Rede mit dir oder Maria. Maria. Jo. Ja. Und natürlich, wir kommen raus und es ist nacht. Sind hier scheiß Wächter wie von vorhin und jetzt noch hier? Keine Ahnung. Jo. Aber den hätten wir auf jeden Fall. Jo. Ich könnte noch mal witzig, äh, putzig, wenn sie dann darschliere. man kann nie wissen wann man das mal braucht das ist richtig das ist absolut richtig mit Teilsschaben kann man auch nicht genug haben ich überlege gerade das braucht man für das goldes Schnellreisenpakt geht ich glaube das ist das erste was ich mir hier angucke dann versuche ich zu kriegen Frestos ich grüße dich was äh was das riecht nach einem hä ach ihr seid böse nicht der sagt das doch ich kriege dich was soll das denn werden ja eh der wollte mich nur verarschen greifen die mich einfach an einfach so ich bin ja nur spazieren gegangen und die greifen mich an ja der hat gerade vier Menschen getötet es war noch da Frestos was gibt es denn ich habe übrigens noch alten tos auf äh warte mal bei jern der ist schon wieder weg oder Bunkerfreak ist noch ein Ding ist weil sie nicht auf die halbe zu lieb genau verdammene zone entdeckt das klingt die ganze reichhaltiges veganes reichhaltiges nicht veganes fleisch m multikation und 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 von dem war auch war sie das stufe 14 so madame wo ist sie da den ganzen Tag rumstehen die Grenze die Besucherzeichen die Wachen sahen dich kommen bist du Maria? Wal sagt du kennst den Weg nach Meridian die Kaja aufsteht Westen ist die Richtung aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten wir werden sehen es gibt ein Kaja vor das den Weg von Ost nach Westen wacht es heißt die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land wenn ich diese Maschinen vernichte öffnen sie das Tor wieder? vermutlich aber die wird niemand helfen können wer redet von Hilfe? du säuberst das Tal ohne Hilfe? natürlich ich bin gut am Bogen das hoffe ich und deines Willen wirklich das stimmt ja halt so die Verderbnis was ist mit der Verderbnis? wie schlimm ist die Verderbnis schon? ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein was immer die Verderbnis ist sie befällt nicht nur Maschinen sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte haben die verdorbenen Maschinen schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen ein schwacher Trost das klingt so mal diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben ja hervorragende es sei denn wir finden heraus was dahinter steckt die Mütter haben gesprochen Aloy wir können nur kämpfen und zur Göttin beten Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande stimmt's? dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier ja nicht hier in unserem Dorf natürlich aber unten im Tal seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen wenn sie wollen es ist so eine Art Zwischenort weder Fremd noch Heiliges Land wenn du neugierig bist geh zur Jägersiedlung es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte aber Fremde übernachten dort oft klingt als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren du kümmerst dich also hier um die Verteidigung Mutterkrone verteidigt sich selbst im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand wir halten euch glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen hat schon viele getötet du weißt es nicht doch auch ich gewann eine Erprobung wie du lag ich sehr weit zurück suchte eine Abkürzung es wurde sehr knapp ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel dies ist keine Erprobung Maria es ist echt darum geht's nicht der Posten hier in Mutterkrone ich wollte ihn unbedingt meinem Siegespreis dem Ruhm der Nora gerecht zu werden hat mich nicht umgebracht doch wenn es so kommt bin ich bereit yo Kajah Fall das Kajah Fall liegt also im Westen und dahinter Meridian ja die Kajah nennen es Takturm es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf ein verlorenes Dorf es gab einen Namen doch der ist vergessen ich bin da geboren was ist passiert der Krieg die Kajah vernichteten es bei einem Raubzug ich war 15 Jahre alt ich entkam doch viele andere nicht die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen wie alt bist du jetzt? äh 16 Jahre alt wir überließen ihn unser Tal selbst jetzt wo der Krieg vorbei ist ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land ähm jo ich muss jetzt los pass gut auf dich auf jo tschüss ich hoffe du findest was du suchst jo äh red mit Maria lass deine glaubwieden Kinder nicht die Vergessenheit an Heimfall den duften würdesten sagen räumen verdobene Zonen machen wir gleich ja ganz gemütlich ja quatsch ich dann erstmal mit den Leuten hier hier draußen beißt der Schnee ganz schön Kriegerin Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen ich bist doch eine Kriegerin oder wir brauchen Eber heute unser Neher pflegt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund im Osten gibt es viele Eber hinter den Wasserfällen da treibt sich eine Maschine herum als es sie sah ließ ich die Beute fallen lief in Deckung spannte den Bogen aber dann es ist keine Schande überlebt zu haben nein es mein Ring hatte sich gelöst mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen Interessen so sehr vertraust du auf einen Ring nach allem was passiert ist brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute mal sehen was ich finde kannst du helfen wäre ich dir dankbar ich bin am Lagerfeuer wenn du zurückkommst ja irgendwann mal hier in drei Wochen oder so machen wir das vielleicht mal so was sinnloses Alli äh der Meister wer mit dir hier oh du bist wie du bist die ausgestoßene Sucherin du bist du sollst ganz gut mit Bogen und Schwer sein es heißt sogar du wirst die Beste das klingt irgendwie nach einer Herausforderung und ich habe kein Interesse wenn du lachenbrot mit dem Tuchzeichen oh verstehe die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor tja ich bin weder der Verderbnis begegnet noch habe ich mit Dämonen getanzt aber ich habe im Taltreff Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen du auch oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff ist das noch im Heiligen Land kommt drauf an wen du fragst es gehörte uns mal aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten die meisten Nora vermeiden es aber die Stammmütter verstoßen niemanden der dorthin geht zum Jagdgebiet der Aufseher ist ein Kaja er kann keinem die Prüfung verwehren aber tritt nicht zu stark auf er hat so viel Angst vor den Nora er würde sich zu Tode erschrecken wie kamst du an diese Sonnen? ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt Eis, Schock und Feuer falls du eine Prüfung ablegen möchtest bring deine Ausrüstung mit aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet oder? provozierst du jeden mit dem du redest? nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf und wie oft kommen solche vorbei? du bist für heute die Erste falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt versuch doch eine Glutsonne zu gewinnen wenn es dir gelingt hast du mich geschlagen so gut wie erledigt auch später naja mit ihm mache ich die Körper auf dankeschön das weiß auch so ähm ja 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 was mache ich jetzt? achso ein Larapleer entdeckt versuchen wir mal kurz ins Quest haben wir jetzt noch irgendwelche ähm nö ja ja verdorbene Zone Carja hier ist das verdorbene Zone äh verdorbene Zone Stufe 15 ist egal die machen wir alle weg äh Jagdgebiete ist das jetzt schon das Carja Lager ich weiß es nicht na egal ja was machen wir jetzt wir machen wir jetzt weiter die blöde Markierung die gibt mir auch die Nüsse ähm ich würde mich gerne mal hinsehlen einfach gucken ob wir hier noch äh irgendwas irgendjemanden haben der hier eine Quest gegeben kann ja wo ist die Olle jetzt die uns in die Brutstätte geführt hat wir wollen vorher angeben ja 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 ein Teil von mir möchte mehr davon erfahren doch ich höre nicht zu das hat mich meine Wunde gelehrt mh die Verderbnis Lass es doch gut sein Land und ich dürfte nichts über die Brutstätte wissen dann halt nicht sie hat viele Leben gerettet der Schlamm kann sich glücklich äh Ausrufezeichen Ausrufezeichen hatten wir hier haben wir hier haben wir hier haben wir hier hier sind die typische Quest ja irgendwo hier scheiße verloren die wir wiederfinden müssen ja na gut okay ich meine es ist klar bei solchen Spielen da wiederholen die Quest immer wieder das ist immer wieder das gleiche von den Quests ja aber ich würde jetzt nicht das Spiel da irgendwo sag ich mal daran aufhängen ist halt so ähm was ich interessant finde ist hier auch diese ganze Geschichte hier um Aloy drumherum entzogen und für diejenigen die das äh natürlich noch nicht hier sitzen die das Spiel natürlich noch nicht kennen da werden wir auch niemandem verraten hier was es mit Aloy selbst auf sich hat ja wie machen wir jetzt weiter suchen erstmal ins Questlog so Langhälse Langhälse Teufelsucht Banditenlauer äh Aufträge Jagdglück Zufolocht das sind die beiden Jagdgebiete Jägerlelojagen für die Loge äh Zuflocht offene Quests altes Wappenlader äh offene Quests neben Aufträge Zuflocht das ist hoch Alter dann sind wir da am Abend bewält hier wenn ihr den Vermissten bei Teufelsurst ich weiß nicht äh Quests was sagen die Hauptquests Zona Zona so ja doch hier oben doch hier oben doch hier oben hm ja Jagdglück Sammle 4 äh ja ich würde sagen für die Jagdquests die sind ja auch nicht jetzt zeitgebunden die Jagdquests wo war jetzt Selfiestoos das war hier unten äh äh ja machen wir erstmal diesen Auftrag hier hier dürfte er jetzt in relativer Nähe sein ja wir gucken erstmal gucken ob hier noch irgendwo was kräuter fleuchtet was unser Feind ist hier irgendwelche Viecher oder so es fehlen gefährlich die Viechern ja was hast du hier es gibt irgendwas berühmtes hier oder untersuchen das Gebiet Kriegerpfeile in diesen Maschinen hm es gab sicher eine Massenflucht das ist dafür sie können die NPCs ihn verspecken den Helden angreifen oder in dem Fall die Heldinnen hm die Maschinensporen führen in die Ruinen ebenso wie Menschensporen äh die Sporen auch hier in der Klassiker na los geht's erläge dir die Segelzähne warte 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 hab ich ein Stück Die Mörder sind hier. Mit zwei Sägezähne. Ist noch jemand da? Kommen wir irgendwie an die ran? Ist noch jemand da? Ich weiß, wie man einen Sägezahn überführt, wenn ich nahe herankomme. Ja, 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 wir sind dabei. Geh sofort los. Kommt der hier durch? Hä? Warum sind da eigentlich die Power von oben? Kann der mal die Schnurz halten da oben? Schmerz. Wie? 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 Ich Mensch. Wie? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir natürlich auch das Problem Ich hätte jetzt gehofft, dass die sich gegenseitig ein bisschen mehr Schaden machen Warte mal, was sind denn die Immune am besten? Welche? Feuer Oh, die finden dich, das ist das Blöde daran manchmal Ja, holen wir doch alles durch! Oh, ich dachte, ich hätte so einen Endschlag machen hier Nein! Nein! Oh! Können wir wieder raus? Nein! Nein, nein, bleib bloß rum! Ja! Also, was die durchdreht, die drückenkriegen, das ist immer folgbar! Wo sind die jetzt? Hallo? Ja, also gut! Äh, wir müssen mal ein bisschen was verkaufen gehen hier! Äh? Ich bin die ruhige... Gerade habe ich es quaken und jetzt wo die war... Ich bin die ausgestoßen! Ich bin die ausgestoßen, die ausgestoßen war! Was machst du hier? Euer Freund denn? Boah, welche denn das sind alle? Die rutschreiben rum oder was? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab! Äh, mir! Und... Ohne Waffen war das hier unsere beste Option! Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast! Jetzt können wir nach Hause! Eins noch! Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast! Doch! Habe ich ja nicht! Zumindest mein Freund nicht! Wir verraten alles! Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück! Verstehe das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche! Eure Probleme möchten wir hier manchmal haben hier mit... Naja, aber das mit dem Überbrücken von dem Ersten... Es ist auch ein bisschen bei dem Überbrückten, deswegen mache ich das ungern! Weil diese Überbrückten, äh, die angegriffenen, die von Überbrückmaschinen angegriffen waren, die finden mich dann bei meinem Versteck! Da könnte ich einfach im Versteck sitzen, da zu gucken! Das ist ja eben das Blöde! Deswegen habe ich das damals auch vom Umgang gemacht! Das ist die Rache der Nora! Oh, ein Führer nicht! Das ist die Rache der Nummer! Das ist die Rache der Nahrung! Das ist die Rache der Nahrung! das hier ist wenn ich sie nicht erschrecken kann ich sie überblicken die frage war nur wozu einfach nur um das überbrückens willen ob das dann beide mal geht und ärgert jemand anders wieso kommen wir jedes mal an der falschen seite raus von dem ding wo ist denn jetzt der eingang leck mich doch am arsch und machen wir jetzt noch größere Sachen brauchen wir jetzt auch nicht mal zu sagen Maschinenjagd bei Feierabend da gibt es nichts zu sehen genauer Springer runter wenn man Händler hier irgendwo wo ich was sagen vorrauben kann Prozent 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 die Produkte Räten wo ich hin muss ich fand deine Freunde du weißt schon wo wir kommen bald zurück und danke 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 was für eine Erleichterung du verrät es doch niemandem oder ganz ruhig die Stammmütter singen die Hymne der Buße ich denke ihr seid sicher das stimmt die Hymne ist Sühne für uns alle ja ja das habe ich nicht gemeint aber gut ja Eloy 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 was erwartest du das das nee äh ja haben wir jetzt noch äh 14 14 ja au revoir so gucken wir mal hier protokoll begibt sich das ist jetzt hier okay das ist Hauptquest so Nebenquest Aufpräge das sind für die äh Banditenlager Langhälse Jagdgebiete ja ja Brutstätten haben wir gemacht verdobene Gebiete machen wir dann noch ja machen wir die verdobenen Gebiete Rache äh Rache der Rache Rache der Nora äh rache der Nora suchen wir mal vor den man was ist denn was ist denn mit den äh mit den Dings hier Pss Neugierde ist beträum nicht Lassen wir jetzt hier durch Da gucken wir dann was wir auch für Errungenschaften heute hier geschafft haben So verdorbene Zone sollen wir machen jetzt wieder eine Errungenschaften erste verdorbene Zone äh äh haben wir irgendwo verschwickelt was diese Maschinen die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke ja 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 kannst wir ganz gemütlich Zeit sie auszulöschen naja wir sind ja dabei nimm mal diesen scheiß Schrift weg mal an oh alter wo ist das denn oder 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 wo ist das denn oder oder wo ist das denn was zu 2 we der Ich dachte schon, ich hab die Verderbnis, diese blöde komische Verderbnis, die die Geist Aloy jetzt zu gesundheitsmäßig ein bisschen an. Das blödeste sind die da, was sind das für gröneres Graser, verdorbener Graser. Die rennen wieder weg und da muss ich die halbe Welt jagen hier. Das ist blöd. Ah, er hat ihn doch. Genau das meine ich. Wir hätten warten sollen, aber geht. So, die Nummer 1 haben wir geschafft. Wo ist die zweite? Die ist doch hinten. Wir haben Arsch gewählt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon davor auf Schoßlosen will. Keine Ahnung. Wir können aber, warte mal, wir setzen uns mal ein Fähnchen hier. Wo ist mein Fähnchen? Da oben. Weil ich weiß nicht, ob das auch ein Fleck ist, wo ich das goldene Schnellreisepakot kaufen kann. Wir gehen jetzt keine Jagd. Wir gehen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal weg. Wir gehen jetzt mal weg. Du hast angefangen. So, na dann. Wollen wir mal. Tag Leute. Hallo. Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu dem Banuk. Und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Wimmelt von Maschinen? Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmer. Langbeine. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeile haben sie vermutlich keine Chance. Was sind die mit den Titten? Langbeine. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karavanführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Küste herbringen und kam gerade noch über die Grenze, bevor sie die Tore schlossen. Aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen wäre Selbstmord. Besonders wegen dieser ganzen verdorbenen Maschinen. Ja, wie gesagt, ich höre wieder ja. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Jo. Das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Der Alter hat mich erwischt, als ich mir auf der Arbeit habe. So, wer hat denn auch auf irgendwo? Von seinem Geschrei brummt mir noch der Schädel. Hä? Ich habe Neuigkeiten aus Anrecht. Die Klaren streiten mich wieder. Das ist nicht wirklich. Schnell gespeichert. Jo, Händler. Äh, äh, Waffen. Was heißt denn für Waffen hier? Äh, kaufen. Schleuder, Stolperfalle, Scharfschussbogen, Sprengschleuder. Äh, äh, Schattenschleuder. Was auf Eis ist gut. Karte, Scharfschussbogen, besitze ich schon. Ja, aus, äh. Gut. Hm. Warte, diese Rüstung, die ich super, super sexy finde. So eine, so eine Kraterrüstung, die ich meine. Haben die nicht. Ja, Rohstoffe. Ja, die hat nicht das, das goldene Schnellreisenpaket hatten die nicht. Zwei Scherben plus, was ist das? Äh, Reinholz, reichhaltiges Fleisch. Geht mal her, genau. So. Auf alle nur Tränke. Ob die Gesundheitstrank, Geneselstrank. Ja. Äh, Munition, Schatzkisten. Manu Keulenbogen, Keulbogen. Dauter Machtbogen. Äh, Stromhüter und Outfitkiste. Äh, Outfitkiste, kostenlos. Z thấy der... ...kiss honored. Nee. Zähne, Gestали. Ja, sagst du. Nämatt. Ausstattdrin. Gutschein, Modell 1 Was? Nein, nein, nein Schatzkisten Metallschärven Sehr gut Carthor Stromhüterin Was war das jetzt für ein Ausblick? Was ist das, was ich meine? Carthor Stromhüterin Warte mal, Einstellungen Allgemein Maske Irgendwo kann Kopfschmuck Will ich nicht sehen Was können wir denn verkaufen? Was ist das? Äh, Läuferherr Ähm Ähm Metallband Das sind auch alles Rohstoffe, das ist das Problem Waffen Outfits Modifikation Wir haben keine Modifikation Wo machen wir die Modifikation? Modifikation hier drauf Outfits A Uh Oh Mann, was sagt Art Letzte Woche wieder eine Karabane Das ist fast Level 15 Die oben gibt es nicht wirklich viel also jetzt hier hin zu rennen Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt außer den fummeln der leute die dalle johannes getötet hat uns hier sie zuhause manche sachen die älter jetzt ja anhalt zu zeigen weil manche auch zu tun gemacht das ist das hat sich an und ich will den fähigen die Dinger zu zerschlagen, alle, die hier rumstehen, äh, das ist, äh, auch Quest, der hier, 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 Errungenschaft, Trophäen und so. Ja, allzu viel brauchen wir heute nicht mehr machen, dass wir mit dem Hierarchen-Quest aktivieren. Wo sind denn hier eigentlich? Ja, wir sind hier, das sind die, äh, Breitkopf, die Breitkopf können wir auch reiten dann, die können wir aber noch nicht, glaub ich, äh, überbrücken, weil dann müssen wir erst eine neue Bootstätte mal, äh, hier hinten ungefähr ist ja dann die nächste Quest. was haben wir uns jetzt für Quest auch aufgeheißt? Jagdgebiete, äh, Taltreff, Jagdgebiete. Ja, ja, ja. Ehm, äh, äh... Ein Jäger und Mutter kann uns mal sammeln von Eberhard zu helfen, das ist so... Wo war das denn wieder? Das ist ja quasi gleich um die Ecke. Sind denn die dringend? Ich würde sagen, das machen wir heute nicht mehr. Wir machen heute Feierabend. Können wir hier oben in dem Punkt tatsächlich Feierabend machen. Und dann würde es am... Wenn wir morgen dann am Samstag nach dem Podcast dann noch weiter... Wenn ich dann noch Loa mache, dann geht es natürlich hier mit Elay weiter hier am Montag. Ansonsten am Dienstag. Ich lebe noch. Damit gehöre ich zu den Glücklichen. Gut. Ich lebe dich nicht von allein. Ich überlege gerade, verdammt. Ganzer Wanderer. Blutzenziel fixen wir fixer nach oben. Da rennt natürlich genau die falsche Richtung. Nein. Ich bekomme die Waffe weg. Nein. Ich bekomme die Waffe weg. Nein. Was ist das? Das war wohl nicht geplant, aber... Oh Mann, muss ich... Das ist so ein Kreuzeln, dass ich dann ständig irgendein anderes Mistviewee mit einmischen muss, Mann. Jo. Ich hab keine Zeit, dass man mal... mitten im Bildschirm und das nicht nur von einer halben Sekunde, sondern mindestens fünf Sekunden. In dem Moment hat sich der Gecker eigentlich schon fast weggemacht. Feigern. 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 Stop. Feigern. Feigern. Haben. Okay. du bist mir sicher noch nützlich sein was ist denn jetzt was hier schön leise jetzt nicht markiert schaum um das maul was denn wo denn was denn und und Ui Die Grafen sind cool Die was mit Geschleiß hier Wo jetzt? Ja klar, wieder beim See getan Ja genau Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden Ja genau Ich schnappe mich Ich schnappe mich Ich werde auf dem Sacken Die Wunder Ja Ja Ich werde auf dem Sacken Die Wunder Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020